Herzlich Willkommen bei Synchrony. Synchrony Motion ist ein Analysewerkzeug, mit dessen Hilfe Sie die Gedächtnisstruktur Ihres Golfschwunges sichtbar machen können. Mit Hilfe dieses Videos möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie die Ergebnisse der Analyse interpretieren und in Ihrem Trainingsplan umsetzen können. Schauen wir uns erst einmal an, wie die Analyse abläuft. Ihnen werden die 16 Knotenpunkte der Golfbewegung in unterschiedlichen Kombinationen zugespielt. Sie müssen entscheiden, ob die beiden sichtbaren Knotenpunkte in Ihrem Golfschwung zusammengehören oder nicht. Da jeder Knotenpunkt einmal als Referenzbild angezeigt wird, müssen Sie insgesamt 225 Entscheidungen bzw. Zuordnungen treffen. Diese werden vom System analysiert und in ein Verhältnis zueinander gestellt, welches die Struktur Ihres Golfschwunges in Ihrem motorischen Gedächtnis grafisch darstellbar macht. Damit ist Synchrony Motion das einzige Analysewerkzeug, mit dessen Hilfe der Blick in das motorische Gedächtnis eines Golfers möglich ist. Betrachten wir die Auswertung nun etwas genauer. Wie Sie sehen, tauchen auch hier wieder die 16 Knotenpunkte der Bewegung auf. Wenn man nun bei der Online-Auswertung mit der Maus über den jeweiligen Knotenpunkt fährt, wird dieser in groß dargestellt und lässt sich nun leichter identifizieren. Da man die grafische Darstellung auch als Zeitstrahl betrachten kann, lässt sich die Auswertung einfach von links nach rechts lesen. So lässt sich bestimmen, zu welchem Zeitpunkt der Bewegung welcher Knotenpunkt für Sie von Relevanz ist. Zusätzlich ist dargestellt, wie die Knotenpunkte miteinander in Verbindung stehen. So ist leicht erkennbar, welche Knotenpunkte eine eher enge Verbindung miteinander aufweisen und welche vor allem gedanklich weit voneinander entfernt liegen. Betrachtet man nun diese Verästelungen genauer, erkennt man, dass einige Knotenpunkte miteinander eine Art Gruppe oder Familie bilden und somit gedanklich zusammengehören. Bei der Bestimmung dieser Gruppen ist vor allem ein statistischer Grenzwert von Bedeutung. Er symbolisiert sozusagen ein kritisches Maß, welches vereinfacht ausgedrückt eine Aussage darüber zulässt, wie tief die Knotenpunkte bzw. deren Verbindungen im motorischen Gedächtnis abgespeichert sind. Eine weitere Bedeutung beim Analysieren der Auswertung hat die Aufteilung des Schwunges in drei Hauptfunktionsphasen. Diese sind beim langen Spiel der Bereich der Schlagplanung und Schlagvorbereitung, also die sogenannte Pre-Shot-Routine, die Ausholbewegung, die für die Energiegenerierung und den Spannungsaufbau zuständig ist, sowie die Schlagphase, also den Ab- und Durchschwung, welche auch das eigentliche Handlungsziel den Treffmoment beinhaltet. In dieser Übersicht sehen Sie noch einmal die eben gezeigten Funktionsphasen und die dazugehörigen Knotenpunkte. Bezogen auf unser Beispiel kann man nun erkennen, dass viele der Knotenpunkte in den passenden Funktionsphasen liegen. Einzig die Knotenpunkte 9 und 14 sind noch nicht richtig integriert. Dies ist vor allem deswegen bedeutsam, da die Funktionsphasen nur dann funktional sind, wenn auch die passenden Knotenpunkte dort repräsentiert sind. Eine besondere Bedeutung kommt, wie auch im realen Spiel, dem Treffmoment zu. Dieser sollte idealerweise gut eingebettet inmitten der Schlagphase, also im Ab- und Durchschwung liegen. In diesem Fall sehen wir aber, dass der Treffmoment am Ende der Ausholbewegung liegt und eine relativ enge Verbindung zu Knotenpunkt 7 aufweist, welcher am ersten Teil des Ausholens angesiedelt ist und offensichtlich wenig mit dem Treffen des Balles zu tun hat. Um die Verbindungen von Knotenpunkten und deren Integration in den Gesamtablauf besser grafisch darstellbar zu machen, befindet sich an der linken Seite ein Regler, mit dessen Hilfe eine Art individueller Grenzwert eingestellt werden kann. Verschiebt man nun den Regler nach unten, wird deutlich, welche Knotenpunkte keine stabilen Verbindungen zu anderen aufweisen und frühzeitig wie eine Art Single alleine für sich stehen. In unserem Beispiel sieht man gut, dass der Spieler den Knotenpunkt Winkeln der Handgelenke nicht nur in der falschen Funktionsphase integriert hat, sondern dass dieser auch kaum mit den anderen Aspekten der Bewegung verbunden ist. Dies wird zwangsläufig dazu führen, dass dieser Teil der Bewegung wenig druckresistent ist und dadurch anfällig und ursächlich für Fehlbewegungen ist. Aber nicht nur die alleinstehenden Knotenpunkte sind von Bedeutung, sondern auch die sichtbar stabileren Verbindungen müssen auf ihre Sinnhaftigkeit untersucht werden. Als Beispiel lässt sich dabei gut die bereits vorhin erwähnte Verbindung des Treffmoments mit dem ersten Teil des Ausholens anführen. Beide Aspekte haben offensichtlich nur sehr wenig miteinander zu tun, haben aber in dem Gedächtnis des Spielers eine relativ enge Verbindung miteinander. Bleiben wir gleich mal bei der Ausholbewegung und betrachten dort die Anordnung bzw. Reihenfolge der Knotenpunkte. Leicht erkennbar dabei ist, dass die Knotenpunkte numerisch nicht korrekt aneinandergereiht sind. Was auf den ersten Blick wie ein Fehler aussieht, muss allerdings etwas differenzierter betrachtet werden. Nehmen wir beispielsweise die Knotenpunkte 6 und 11. Stellen Sie sich die gesamte Grafik als eine Art mobile vor. Die einzelnen Knotenpunkte hängen dabei an Verbindungsfäden, welche durch Rotation um die obere Drehachse ihre Position verändern können. Dadurch könnte sich die Reihenfolge der Knotenpunkte auch von 6, 11, 8, 10 in 11, 6, 10, 8 ändern. Dreht man beispielsweise noch weiter oben, könnte die Ausholphase auch mit Knotenpunkt Nr. 10 beginnen. Der Begriff stabile oder instabile Verbindung ist ja bereits gefallen und soll an dieser Stelle der Vollständigkeit halber nochmals verdeutlicht werden. In unserem Beispiel findet man die stabilste Verbindung in der Schlagvorbereitung. Hier sind die Knotenpunkte 2 und 5 sehr eng und damit stabil miteinander verbunden. Als Beispiel für eine eher instabile Verbindung kann man, hier rot gekennzeichnet, die Verbindung der Knotenpunkte 12 und 13 aufzeigen. Beide Knotenpunkte gehören zur Schlagphase. Ihre Verbindung liegt allerdings leicht oberhalb des Grenzwertes, welches vor allem auf dem Platz und unter Druck dafür sorgen wird, dass dieser Teil der Bewegung wenig automatisch abläuft und leicht für Fehler anfällig ist. Hat man nun alle Aspekte der Auswertung betrachtet, kann man die Analyse der Gedächtnisstruktur auf die wichtigsten Punkte reduzieren. In unserem Beispiel wären das erstens der alleinstehende Knotenpunkt Handgelenkewinkeln, zweitens der nicht sinnvoll integrierte Treffmoment und drittens die in zwei Phasen getrennte Schlagvorbereitung. Meine Trainingsempfehlungen würden in diesem Fall lauten, der Spieler muss eine höhere Kompetenz im Winkeln der Handgelenke entwickeln. Nur so kann er diesen Knotenpunkt besser in die Ausholbewegung integrieren. Dabei spielt es erst einmal keine Rolle, ob der Spieler früh, spät, viel oder wenig winkelt. Wichtig wäre, dass er in einer differenziellen Trainingsreihe unterschiedliche Arten des Winkelns und gegebenenfalls auch des Greifens ausprobiert und dabei lernt, auf welche Art er mehr Konstanz in seinen Treffmoment bekommt. Und damit wären wir auch beim zweiten Punkt. Der Spieler muss sich bei der Mehrzahl seiner Schläge auf den Treffmoment fokussieren. Dies gelingt in der Regel immer dann gut, wenn man sich mit Hilfe eines Schlagflächenaufklebers deutlich macht, wo der Ball überhaupt getroffen wird. Zusätzlich kann es hilfreich sein, vor allem bei den Eisen, den Ballbodenkontakt in den Mittelpunkt des Trainings zu stellen. Dabei reicht es häufig aus, wenn man versucht, links lebendem Ball Bodenkontakt zu produzieren. Die Aufgabe für die Schlagvorbereitung würde ich erst einmal hinten anstellen, um nicht zufällige Baustellen aufzumachen. Sobald sich allerdings die ersten beiden Bereiche gut entwickeln, können hier unterschiedliche Routineabläufe ausprobiert werden, welche vor allem darauf abzielen sollen, die Schlagvorbereitung als einen in sich geschlossenen Prozess zu betrachten. Fassen wir nochmal zusammen. Betrachten Sie zuerst, ob der Golfschwung in sinnvolle Funktionsphasen unterteilt ist. Suchen Sie dann den Treffmoment und bewerten Sie seine Integration im Gesamtablauf. Verschieben Sie dann den Regler und suchen Sie nach alleinstehenden Knotenpunkten. Betrachten Sie anschließend, ob die Knotenpunkte sinnvoll miteinander verbunden sind und ob deren Reihenfolge funktional ist. Zum Schluss machen Sie sich auf die Suche nach stabilen und instabilen Verbindungen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video helfen, Ihr Gedächtnisprofil besser zu verstehen und auszuwerten und wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung in der Praxis. Die Knotenpunkte sinnvolle Funktions Die Knotenpunkte sinnvolle Funktions